Wir kehren noch einmal zurück zu Cinema und da möchte ich Ihnen Folgendes zeigen. Wenn Sie diese Figur, die wir hier nun aufgerufen haben, unter Umständen in Photoshop gespeichert haben wollen, also nicht auf Ihrer Festplatte als 3DS, sondern im Ordner der Meshes, also da wo diese ganzen 3D-Modelle drin sind, was gewisse Vorteile hat, wie wir gleich sehen werden, dann können Sie das natürlich auch tun. Auch in diesem Fall wird das Bild bzw. diese Figur, also das 3D-Objekt exportiert, über Datei exportieren. Diesmal allerdings nicht im Format 3DS, also 3D-Studio, sondern im Format Collada. Collada ist ein Format, das Photoshop ebenfalls lesen kann, aber eben, wie wir gleich sehen werden, auch dann, wenn sich diese Figur innerhalb des Meshes-Ordners befindet. Der ist hier, wenn wir da mal ein Stück weiter nach oben gehen, dann sehen Sie auch, wo. Es ist der Preset-Ordner und dort sind es dann innerhalb dieses Preset-Ordners sind es die Meshes und hier drin in den Meshes liegen diese ganzen Dinge. Ich habe das vorhin schon mal reingespeichert. Hier Figur, können Sie natürlich jetzt ebenfalls machen, hier Figur. Dann wird das gespeichert im Format DAE. Ich breche das jetzt ab, weil ich es gerade eben schon mal reingespeichert habe, denn es ist so, wenn Sie das getan haben, müssen Sie Photoshop neu starten, um diese Figur dann später laden zu können. Diesen Neustart habe ich bereits gemacht, um Ihnen das mal flüssig zeigen zu können. Lege jetzt also eine neue Datei an, nenne die ruhig wieder unbenannt und hole mir hier nicht tiefer hin über neue Ebene aus 3D-Datei, sondern wie wir das schon gewohnt sind, bei einer neue Form aus Ebene. Ganz einfach diese Figur, die ich hier reingespeichert habe, da ist sie und sie erscheint genauso. Der Vorteil, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist folgender. Wenn Sie gerne mit der 3D-Achse arbeiten, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden, dann muss das Mesh, mit dem Sie arbeiten, eben aus diesem Ordner kommen. Wenn Sie also diese Figur in Cinema heraus exportieren aus Cinema und als 3DS irgendwo auf der Festplatte speichern, dann können Sie nicht mit dieser Achse arbeiten. Das ist verschmerzbar, das ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber wie gesagt, wenn Sie wollen, dass dieses Objekt auch weiterhin sich in dem Mesh-Ordner befindet, dann müssen Sie das im Collada-Format .dae speichern.